nicht interessiert er schließlich ein bestens ausgebildeter Profi und wir haben der Verwaltung versichert das nicht schiefgehen Na gut, Sie haben ja Recht Freeman wir haben ab wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie also dann los lassen wir ihn doch endlich reingehen was mir eigentlich so gerade nebenbei auffällt ich hab das ja auf Deutsch stehen das liegt rein an meiner Faulheit dass ich einfach keinen Bock habe zusätzlich zu übersetzen und da müssen wir einfach durch dann können wir uns die Texte alle fein anhören und können einfach die Vorsitzenden mit Zunge ausnehmen ich halte alles in Ordnung zu sein können wir weitermachen also gut Freeman der Schutzanzug dürfte für alle eventuellen Helden ausgerüstet sein Sie erhalten das Material in wenigen Augenblick wenn Sie so gut wären da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen können wir den Antimaterie-Extrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten bis der Behälter kommt Nein, den Knopf drücken! Oh, oh, roter Knopf roter Knopf, roter Knopf ist immer gut drücken Das ist krachen! Das ist krachen! Lass mich! Ich will was schieben! Ich schiebe! Oh, waddel 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 Das ist ein riesiges, drehendes, laserartiges Ding! Ja, es ist wahrscheinlich kein Problem vermutlich nicht, aber ich habe da eine kleine Abweichung in... Nein, noch nicht! Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich die Sequenz läuft weiter Ich erhalte gerade die Information dass das Material bereit ist, Freeman Kekse! Jetzt gibt's Kekse! Kekse! Gib mir Kekse! Schiebe, 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 schiebe! Strahlen! Ja, gar nicht! Jetzt geht alles kaputt! Uh! Zerstörung! Wir werden es! Ja! Böse Splitted Knopf! Ja, das war ja! Ja! Ja, das war ja! Hör ne! Hör ne! Hör ne! Hör ne! Böse,even! lasst mich zurück auf Mars, aber cool komische Bücher hallo alles kaputt gemacht und wer ist dran schuld? ich, ja ich bin dran schuld ich bin dran schuld so so jetzt geht's auf? hallo er ist tot einfach so er war mein bester Kumpel Sicherheitsmann Nummer 1 wir seid hier eine Starbesetzung ey ihr Ghetto Forscher los, geh mit ne Wache geh mit ne Wache das Genom was möchtest du uns sagen warum haben sie bloß nicht auf mich gehört? wir haben versucht sie zu warnen ich hätte nicht gedacht ich hätte nicht gedacht dass ich jemals eine Resonanz Kaskade sehen würde und schon gar nicht dass ich selbst eine verursachen würde Freeman sie leben noch im Himmel sei Dank für diesen Schutzanzug ich habe Angst ihn zu bewegen und alle Telefone sind tot sehen sie zu dass sie so schnell wie möglich an die Oberfläche kommen und sagen sie irgendjemandem dass wir hier unten festsitzen sie werden mich brauchen um die Retina Scanner zu aktivieren und auch der Rest des Teams wird ihnen mit Freude helfen da bin ich dir ganz sicher ja aber nur das Abregelungssystem scheint komplett versackt zu haben aber auch nur weil du so ne schöne Krawatte hast Hallo du bist ein Freak hm der Dimensionsgraben überträgt definitiv organische Materie ach halt die Fresse und lass mich durch gehen sie vor so ich muss mir den Idioten ja mitnehmen so oder los komm mach auf boah wie gesagt ich hab da schon länger nicht mehr gespielt es ist ich muss mich hier echt teilweise reinfinden wuuu Bombwetter hier AAAAAAAA deswegen grillt mich die Assi jetzt werd ich auch noch gegrillt obwohl ich nix gemacht hab boah ok leck leck Matzes Cracky hat mein PC befallen nein ja du witzklotz ich hab nicht mal ne Waffe lass mich weg leck leckermann 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 Ich bin's, Gordon Freeman. Gordon Freeman. Komm her, ihr Monster. Ich brauche euch alle Platz. Gordon Freeman. Erflich. Erflich. So, dann wollen wir jetzt erstmal nach oben wabbern. Mal gucken. Was am Himmelschen sind das für Dinger? Und warum tragen sie die Uniform vom Wissenschaftler-Team? Was riecht hier denn so? Schnell, schnell, ich muss mich aufladen, sonst sterbe ich. Sterben. Sterben. Du kommst mit. Alles klar, ab durch die Mitte. Braucht jemand mit Waffe, da mir mal wieder keine Waffe gegeben wird. Daten werden geladen. Kommst du mit? Komm mit. Komm mit. Komm. Feine, 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 feine Barney. Feine, 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 feine. Du hast das gemacht. Machst du. Okay, ich helfe dir nicht. Du hast die Waffe. Du machst das. Okay. Machst du dich bestimmt gut in meiner Torte im Sammlung. Komm mit. Böses Paarney. Erstmal hier. Hätt jemand Gulasch gemacht. Bisschen was verschüttet. Raudis hier. Naja, wollte nicht wahr sein. So. Tü, tü. Gibt hier eigentlich irgendwas auf? Außer... Gone Freeman! Gibt's auch nichts. Ja, toll. Jetzt habe ich Munition, aber immer noch keine Waffe. Und wem kriege ich denn eine Waffe, verdammt? Oh, wow. Naja, schauen wir erst mal weiter. Guck, weg, 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 weg. Guck. Oh, hier ist Party! Guck, guck! Ich will wieder nach Hause! So. Ich sehe was, was du willst. Boah. Aber jetzt werden sie nicht so lang. Land, land, land. Ja, ein Krabbel! Ich bin mir eigentlich fast sicher. Ich kriege hier noch irgendwo eine Krabbel. Achtung! Alle wissenschaftliche Mitarbeiter in Sektor ziehen. Bitte sofort starten! Nein, kein Status Support gestern, alle. Ich werde schon wieder jemanden so vergeben. Sü-P. Es heißt Sü-P. Oh mein Gott. So. Äh. Was ist denn lang? Gamsen. Lang. Ohne Waffe. Ich werde endlich eine Knarre haben. So, ein Übersucher oder so. Wua! Gräsekrabbel. Gräsekrabbel. Los, Mampi. Bääb. Ich nehme eine Waffe. Stirn! Du Computer-Sophie! Stirn! Hm. Ich hätte auch durch die Tür gehen können. Sektor B. Knarre! Hier krieg ich die Knarre! Geil! Und... Ey, dieses Geräusch lieb ich so... Ich hätte Röö noch ein bisschen länger gehen können. So. Böses Zombie-Ding! Da hat ihn geladen. Warum werden wir da mal da angeladen? Böses Hühnchen! Böses Hühnchen! Böses Hühnchen! Da geht ein Gang lang. Warum gehen wir denn hier über... Oh! Flüchte! Du schaffst es! Ist auch wieder Knarre des Verderbens liegen. Oh, G-Man! Hallo, G-Man! Du schaffst es ¡Dichtig! Wir sind hier! Wir seh Wrest Hoffst! Okay, ich bin hier! Ich bin hier! Wir sieh halt! Ob es geht mit einIEb-,